willkommen zur nächsten wöchentlichen herausforderung dafür braucht man den link und co 03 plus und zwar fahrer und besitzer immer das erste das nächste 60.000 credits für upgrade soll man ausgeben wie gut dass ich noch nicht weit gefahren bin 60.000 und dann gibt es diese wochen noch nicht mal eine schatzsuche hier upgrade 60.000 dann natürlich hier alle rat hat er schon allein der motor 500 ps nicht schlecht ja ja als hier war sie im gang ach ja die reifen jo sind 96 also reicht das auf jeden fall sogar viel zu viel aber ist egal so dann geht es weiter jetzt mit versuch nummer zwei weil mir alles abgeschmiert ist die ganze xbox alles ein straßenrennen gewinnen und zwar soll man über 249 km h fahren ich hatte das hier unten ich hatte eigentlich das aber ja naja ich nehme das einfach nochmal ist egal das hier nehme ich und jetzt hoffe ich dass es nicht wieder abschmiert aktuelles auto und über 249 was ja eigentlich kein problem sein dürfte ja genau schon drüber natürlich niedrig ja 10 90 66 98 90 99 90 99 Oh, das ist eine scharfe Kürze. Ach, das gibt's doch nicht. Hab ich mir dafür ne Strecke ausgesucht. Aber hier ist die schöne lange Grabe. 300. Zehn Prozent mehr. Jetzt müsste das funktioniert haben. Und es ist nicht abgeschmiert, zum Glück. Genau. Ja. Und dann soll ich ihn noch fotografieren. Das war's dann auch mit der wöchentlichen Herausforderung. Und dann gibt's noch, ja ich glaub nur die, genau nur die Fotoherausforderung kommt noch. Das war's dann auch mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.